Und dann Moinzen zu den VfB News, wir haben wieder Zeit hier in der Länderspielpause, haben ein paar Sachen abzuhaken, natürlich jetzt gerade nicht mehr so viele Themen, wurde schon einiges, einiges, einiges abgearbeitet, auch von mir, was Transfers angeht, was Missedat und Werle angeht, natürlich auch das hier gleich nochmal Thema, kleinere Geschichten zu Transfers und natürlich auch Länderspielpause, wer reißt so weg, mit der Nationalteam und so Geschichten, wir legen los, mit 33, hier geht es natürlich um einen, ja wie soll man sagen, einen VfB-Fan, der gleichzeitig auch im Videobereich nicht so verkehrt unterwegs ist, der Kollege hat hier, der Patrick heißt er, ein Video gemacht, ein Bewerbungsvideo an den VfB Stuttgart als Videocreator, haben wir ja auch schon tausendmal besprochen, auch das extra Video zum VfB, Okay, das doch bitte ein bisschen mehr geht in Sachen Video, ein bisschen mehr geht in Richtung YouTube, jetzt haben sie ja schon ein bisschen eine Verbesserung angefangen hier, Clubmedien und so weiter und er hat eben ein Bewerbungsvideo gemacht an den VfB, sieben Minuten lang, mittlerweile auch schon fast 70.000 Aufrufe, sehr, sehr geiles Ding geworden, Auch Hertha BSC hat drunter kommentiert sogar und Manu Thiele auch und sowas, sehr geiles Ding, der hat auch früher wohl auch schon, so ähnlich wie ich auch damals, so Trailer-Videos, so VfB, mit VfB-Content quasi gearbeitet, hat mit Bundesliga-Rechten gearbeitet und da geile Zusammenschläge gemacht, also kann ich den auch schon von damals tatsächlich und natürlich ihn das persönlich dazu kennen, aber jetzt habe ich das Gesicht dazu und ja, gab ein kleines Update von ihm noch dazu, dass er natürlich nicht genauere Abläufe preisgeben darf, aber dass es Bewegung in der Sache gibt, das ist das Update vom 7. September, also mal gucken, was da so geht, ob er da bald einen neuen Hamm beim VfB, der ja, einfach mal selber das Ding in die Hand genommen hat und gesagt hat, ey, ich versuche es mal, ich bewerbe mich mal, mal gucken, ob da was kommt, ganz generell muss man ja sagen, es tut sich was in Sachen Clubmedien, in Sachen Videobereich, da gibt es schon ein paar Verbesserungen. Dann die VfB-Frauen, werden die auch mal wieder ihren Platz bekommen, natürlich in den VfB-News auch, da gab es auch natürlich ein Stückchen länger her, ganze Geschichten hier sind ein Stückchen länger her, viel aussortiert, die, ja, haben auch angefangen, Oberliga Baden-Württemberg, der Frauen hat auch losgelegt, am 4.9. war das erste Spiel gegen Kreisheim zu Hause beim VfB-Klubzentrum, da gab es auch Karten, 5 Euro oder nur 3 Euro für Dauerkarteninhaber, also auch sehr erschwinglich, was auch sehr geil war, es gab einen kostenlosen Livestream beim VfB auf YouTube für das Spiel, gewonnen wurde es auch mit 3 zu 2, letzte Minute quasi, 89. der Führungstreffer, der Siegtreffer, sehr, sehr geil, vor rund 600 Zuschauern, auch ein schöner Schnitt, finde ich, gab es einen schönen Einschränkungen für die Frauen, gab auch ein Highlight-Video von dem Spiel auf YouTube vom VfB, also finde ich gut, wie groß die auch mit involvieren in den VfB Stuttgart, finde ich sehr nice, gerne mehr davon und auch sehr schön, es wäre Sportart ja zum Beispiel auch dieses Dein VfB, haben sie ja als Videoserie, jetzt gibt es auch da so eine kleine Doku-Reihe, Doku-Serie, die die Frauenfußballerinnen vom VfB über die Saison begleiten, in ihrer ersten Saison der Vereinsgeschichte begleiten, erster Teil hier scheinbar am Freitag, also am 23.09. kommt da der erste Teil dazu, sehr schön, wie da, ja, wie groß das Thema gemacht wird, völlig zu Recht. Kommen wir zu ein paar Ex-Spielern, Nummer 1, Holger Badstuber hat am 5. September seine Schuhe an den Nagel gehangen, nach 13 Jahren Profifußball hat er seine Karriere beendet, war ja auch mal beim VfB, der gute Holger, auch Castro vor vier Tagen, vier, fünf Tagen her, hat auch er seine Karriere beendet, da ist er ja damals bei uns nicht verlängert worden, was auch manche nicht verstanden haben, wohl nicht verlängert und danach eben, ja, erstmal vereinslos gewesen, dann noch eine Halbserie bei Bielefeld gespielt, mit denen abgestiegen und ist eben auch seit Sommer, ja, vertragslos und dann wurde die Entscheidung getroffen, ey, nach 17 Jahren bei ihm Profifußball, hört auch er auf mit dem Profifußball, ist ja auch schon in ein gewisses Alter gekommen, muss man auch dazu sagen, mal gucken, ob da mal irgendwas auch in Richtung die Davi kommt, da kommt ja auch seither nichts von wegen, ich hätte einen neuen Klub gefunden, mal gucken, wie es bei ihm aussieht, aber ich denke, der wird schon auch irgendwo kicken, ein bisschen Verletzungsgeschichten, ja, einerseits natürlich, wie soll man es sagen, ohne dass es dumm klingt, aber einerseits natürlich gut für uns, dass es jetzt erst passiert ist, weil es sind jetzt drei Spieler hier, die, oder zwei, die ich hier vor allem drin habe, insgesamt sind es drei, die wir verkauft haben im Sommer für insgesamt über 30 Millionen und die jetzt bei ihren Vereinen alle einfach verletzt sind. Chulinov Nummer 1 fällt aus bis, ja, nach der WM quasi, fällt jetzt noch zwei Monate aus, zwei, drei Monate fällt er aus, dasselbe gilt natürlich auch für Mangala, der auch aktuell noch verletzungsbedingt fehlt bei Nottingham und auch hier in den Schwung zu bringen natürlich auch Kalajic, der jetzt wahnsinnige, ja, mindestens oder rund um die neun Monate ausfallen wird, weil er sich einfach, ich glaube es sogar, es war genau das gleiche Knie, wo er einen kompletten Totalschaden hatte im Knie, als er zu uns gewechselt ist damals zu 19 und da schon ein ganzes Jahr ausgefallen ist, fällt auch jetzt wieder Ewigkeiten aus, vermutlich quasi Saison aus, das ist einfach brutal, das ist komplett brutal, natürlich beste Genesungswünsche da an alle, aber auch hier, um eben den Bogen zu spannen bei Kalajic, hat seine Freundin und auch er haben beide nochmal sehr schöne Statements gebracht, schöne Abschiedstexte gebracht mit der Zeit in Stuttgart, Zeit beim VfB und so weiter, gerade der von der Freundin kam ein bisschen überraschend, wie emotional der war, aber sehr, sehr schöne Texte auf Instagram veröffentlicht nach Ebenenwechsel von Kalajic zu den Wolves und was man ihm natürlich auch sagen muss, rein aus unserer VfB-Sicht, klar, es kann natürlich auch Bonuszahlungen geben, die daran hängen, ob sie jetzt den Klassenhalt schaffen oder so bei VfB, ja, der VfB, die Wolves den Klassenhalt schaffen, aber die meisten werden an seine Leistung gebunden sein, an Kalajic-Leistungen gebunden sein und dadurch, dass er halt nicht kickt, wird er natürlich auch keine Spielminuten, keine Spiele insgesamt, keine Summe an Spielen machen und keine Tore schießen und sowas, das heißt, da wird wahrscheinlich auch erstmal nichts kommen, was eben die Bonis angeht, die wir eingearbeitet haben in den Verkauf. Weiter zu den Länderspielen, in Länderspielpause rein, der VfB immer Übersichten hochgeladen, 13 Nachwuchsspieler auf Reisen, da wäre auch so 19, Johann Torres für Luxemburg, Dennis Simon, der Keeper für die Deutschland U18, Azevedo auch Deutschland U18, Reimund ebenso, Di Benedetto auch, Charsinjo Mangala, ne, Malanga, da bin ich noch bei Mangala gewesen, Malanga, Deutschland U17, Preuß U17, Mike Huras, Polen U17, Olivier für Österreich U17, Homa Mahmoud für Syrien U17, Florian Hellstern, Deutschland U16, Luca Rega, Deutschland U16 und Tuncay Durna für die Türkei U16, einiges, einiges unterwegs, vor allem die deutsche U18 ist schon durchaus geprägt von unserer Jugend, muss man einfach so sagen, natürlich auch die VfB-Profis im Länderspieleinsatz, da jetzt gar nicht so unbedingt viele, sind zwar Taro Endo und Hiroki Ito für Japan, schön da, die müssen beide keine dicken Reisestrapazien auf sich nehmen, weil die bei einem Kirin Challenge Cup 2022 teilnehmen, der in Düsseldorf ausgetragen wird, das ist aber auch schon mal eine gute Nachricht, gerade auch für Endo, der ja non-stop durchspielt, Bonasso ist natürlich für Kroatien Nations League, Mafopanus Griechenland Nations League, zwei Spiele jeweils, Gerasi auch mit Guinea unterwegs, zwei Testspiele und Thomas Kastanaras, U20 erstmalig, also Deutschland U20 erstmalig berufen worden, und Thomas Kastanaras da unterwegs mit, müsste glaube ich Hannes Wolf sein als Trainer. Wer auch dran gekommen wäre eigentlich, ist Silas, der wurde eigentlich vom kongolesischen Verband eingeladen, hat aber abgesagt, Gründe dazu gibt es nicht, aber er fährt nicht mit zur Nationalmannschaft, war oder wäre seine erste Berufung gewesen in die Nationalmannschaft der Republik Kongo, aber ich denke mal, die wird auch nochmal kommen, also ohne dem fußballerischen Land zu nahezutreten zu wollen, aber so viel Breite an Topspielern haben die ja nicht unbedingt, der wird seine Berufung nochmal bekommen dort in die Nationalmannschaft, trotzdem gibt es ja auch nichts Offizielles, warum er die Reise diesmal nicht antritt. So, kleiner Teil zu den Transfers jetzt, da natürlich nochmal ein bisschen Eigenwerbung, weil logischerweise ich habe alle Transfersen alles behandelt im Sommer, natürlich auch ein kleines Fazit-Video hochgeladen zum Transfer, zum Kader und so weiter und so fort, gerne reinziehen die Geschichten hier. Kerasi-Transfer schien unmöglich, kam ja noch nach der Verpflichtung, eben einfach mit Interview von Miss in Touch, dass das lange unmöglich schien, es hieß ja auch, dass wir an dem schon lange dran gewesen wären, es war schwierig, ihn in dieser Konstellation aus Rennen rauszubekommen, sie haben eine extreme Ablöse aufgerufen, nun haben wir ihn ja ausgeliehen für ein Jahr, keine Leihgebühr, wir zahlen die 2 Millionen, die er an Gehalt bekommt und danach gibt es eine Kaufoption, die wir ziehen können, aber nicht müssen, eben eine Option für 9 Millionen Euro bei Gerasi. Wahid Fahir fand ich sehr interessant, das habe ich gar nicht wirklich mitbekommen und so, dass er gewechselt ist, haben wir mitbekommen, habe ich auch berichtet, aber habe nicht mitbekommen, wie es da aussieht oder wie es da genau aussieht, wir wüssten auf jeden Fall er wechselt und dass er mit einer Kaufoption wechselt für Nordseerland in Dänemark, aber hier gab es was aus Schönern Nachrichten raus, Interview mit Miss in Touch, dass der Klub eben eine Kaufoption enthält, ein Zitat Miss in Touch hat, aber eine wirtschaftlich so gute, dass es für uns ein deutliches Gewinngeschäft wäre mit einer hohen Weiterverkaufsbeteiligung. Klingt also sehr gut, weil Fahir kann man, mir fällt es immer schwer und ich bin auch einer der Fahir oft verteidigenden Debatten, weil der Kollege ist halt weiterhin nur 19, als seine erste Saison gehabt, war so ein bisschen Vorgriff für die neue Saison, natürlich hätte man sich dann irgendwie gehofft, dass er die Saison eben auch so ein bisschen in die Fußstapfen von Kalajic vielleicht reingehen kann, die Fußstapfen konnte er nicht, hat sich nicht wirklich durchgesetzt bei uns auf diese Geschichte mit, keine Ahnung, Fitnessproblemen und sowas, Gewicht, aber deswegen, viele bezeichnen ihn ja schon so ein bisschen als Flop, weil Fahir finde ich ein bisschen hart, aber wenn es wirklich so stimmt oder es wird stimmen, was er sagt, deutliches Gewinngeschäft, die haben ja für 3,5 Millionen geholt, würde für mich bedeuten, dass sie eine Kaufoption von, keine Ahnung, 4,5, 5 Millionen haben, Nordsee-Land, plus hohe Weiterverkaufsbeteiligung, dann steigt auch wieder 10, 15 Prozent, und das würde für mich zumindest heißen, wenn er da abgeht in Nordsee-Land, wo sie sich auch sehr auf ihn freuen, was man so mitbekommt, wenn er da abgeht und eben so gut spielt, wie er es ja auch davor getan hat in Dänemark, sonst wäre er nicht zu uns gewechselt, dann die Option ziehen, haben wir auch erstmal finanziell nicht viel falsch gemacht, mit ihm ein Jahr, ja, wir hatten seinen geilen Moment mit seinem Tor, gegen Union Berlin, das Last-Minute-Treffer war ein richtig geiler Moment, den hatten wir uns geschenkt, aber sonst würde es ja heißen, dreieinhalb geholt, für fünf verkauft oder sowas, plus Weiterverkaufsbeteiligung, hast du zumindest finanziell absolut, ja, kein Flop gemacht, war einfach ein Missverständnis, aber finanziell nicht solche Flops, wie zum Beispiel Mafia oder sowas damals, wäre dann doch ein rundes Ende, wenn es dann so kommt, mal gucken, wie es so läuft für Wahid, und noch das Letzte hier, das ist endlich mal ein bisschen aktueller, VfB und BVB wollen Sturm, Juwel, Kohl, Newcastle Favorit und hier geht es tatsächlich um den jüngeren Bruder von Alu Kohl, es geht hier nämlich um, wo ist sein Name, Garang Kohl, hat am Dienstag, oder hat jetzt seine erste Berufung bekommen, für die australischen Nationalmannschaft, also erste Nationalmannschaft, 18 Jahre alt ist er, Dortmund ist interessiert, wir sind scheinbar interessiert, Newcastle, mit denen sollen sie sich wohl schon geeinigt haben, andere Medien dementieren das, bin ich mal gespannt, wir hätten ja zumindest den Pluspunkt, dass sein Bruder halt da ist, ist halt die andere Frage, ob es ein Pluspunkt ist, weil so wirklich zum Zug kommt, Kohl bei uns ja auch noch nicht, auch das Leihgeschäft nach Sandhausen, verlief es glaube ich nicht ganz so geil für ihn, was die Spielzeit angedemer gesehen hat, vielleicht hat er ja grandios trainiert, so ganz doof gesagt, aber Spielzeit war ja nicht wirklich viel drin, oder quasi nichts drin in Sandhausen, also vielleicht muss das auch nicht unbedingt ein Pluspunkt sein, vielleicht sieht er seine VfB-Satz bisher doch nicht so geil, oder Alu, aber interessant auf jeden Fall, wäre lustig, wenn wir wirklich beide Brüder bei uns hätten, ist auch ein Angreifer, auch ein Stürmer. Ja, wir machen noch ein paar zusammengewürfelte News quasi, so die Kategorie anderes quasi, bevor wir natürlich nochmal kurz auf Missingland und sowas eingehen, es gab wieder eine Bundesliga-Rookie des Monatsauszeichnungs, und wenn dieser Award vergeben wird, ist immer irgendein VfB da dabei, das ist gefilmt gesetzt mittlerweile, Wagnermann war dabei, Buchanan spricht man glaube ich aus von Bremen, und Mathis Delikt, habe es gerade gar nicht unbedingt geschaut, und wer das Ding gewonnen hat, ich glaube es hat tatsächlich Buchanan gewonnen, genau, also auf jeden Fall nicht mal vor Panos, nicht Wagnermann gewonnen, der VfB muss leider die 15.000 Euro für den Platzsturm gegen Köln bezahlen, hat eine Berufung eingelegt, das wurde zurückgewiesen, aber was würdest du auch anders erwarten vom DFB, von der DFL, Testspiel gibt es diesen Donnerstag, also in zwei Tagen gibt es ein Testspiel gegen Zürich, Donnerstag 15 Uhr, Spiel aber aus organisatorischen Gründen nicht öffentlich, mal gucken, ob es einen Stream gibt, wobei es wahrscheinlich auch mit einbezieht, dass es nicht öffentlich ist, aber auf jeden Fall können keine Zuschauer kommen, in erster Linie, es gibt einen VfB-Wasenabend, 28. September, also drei Tage bevor die Jungs nach Wolfsburg müssen, gibt es diesen Wasenabend mit den Fans, Mittwochabend ist es, von 17 bis 19 Uhr ist Einlass, und die VfB-Profis sind auch dabei, gibt glaube ich auch hier irgendwie, ja genau hier Vorlage des Mitgliedsausweises, dann bekommt man zwei Maße zum Preis von einer, für 11,80 Euro, auch schon teuer genug, aber wer da Bock drauf hat, gibt kleinen VfB-Abend auf dem Vasen. Gerhard Wörn, eine unschöne Nachricht, seit über 30 Jahren ist er VfB-Therapeut, wird dem VfB in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen, bei einer Vorsorgeuntersuchung wurde eine Tumorerkrankung, eine Prostata festgestellt, da kann ich mich aber nur dem Amt schließen, was er VfB hier geschrieben hat, viel Kraft und kommt bald wieder zurück, Gerhard. Dann kommen wir zu Ticketgeschichten, da wurde jetzt, nehme ich hier einfach mal den Tweet hier raus, einfach als Beispiel, dass hier wieder die Ticketpreise in Dortmund vor allem ziemlich, ziemlich negativ gesehen werden, gibt es ja mittlerweile die Karten fürs Auswärtsspiel in Dortmund, am 22. Oktober ist das Spiel und da zahlst du halt, ja, Sitzplatz mindestens 38 Euro, geht auch bis zu 53 Euro hoch, das ist schon ziemlich heavy und auch da muss man sagen, war ja die gesamte Saison schon so scheiße teuer, also ich war in Bremen nicht, aber weiß natürlich, wie viel es da gekostet hat, da waren es um die 40 Euro, in Köln war ich, da waren es auch, glaube ich, 40 und in München waren es, glaube ich, auch 40 oder irgendwie 42 Euro für einen Sitzplatz, billigster Sitzplatz, das ist schon ziemlich hart, wo wir eben das Thema Tickets haben, ab Freitag früh gibt es, weil mich da auch immer wieder Leute angeschrieben haben, ab Freitag früh gibt es die Karten für das Pokalspiel gegen Bielefeld, genau, dann erstmal Dauerkarteninhaber, einen Vorverkauf, danach natürlich Mitglieder und so weiter und so fort, wie immer, und ich gehe mal davon aus, weil es, glaube ich, so habe ich es zumindest im Kopf, natürlich die letzte richtige Dauerkarte auch schon länger her und das Pokalspiel dann dazu, erstmal, es zählt nicht in die Dauerkarte rein, Dauerkarte zählt nur für die Bundesliga-Heimspiele, aber ich meine, es gab die Option, es würde dann so im Dauerkartenbesitzer-Vorverkauf auch sein, dass du eben deinen Dauerkartenplatz quasi direkt schon auswählen kannst und mitnehmen kannst quasi, also, dass du nicht noch extra nach suchen musst, plus eben die Option, dass du einfach irgendwelche anderen Plätze nimmst, dann kannst du dich auch irgendwo anders hinhocken in die Arena für das D5-Pokalspiel, ist ja ganz klar, aber ich meine, es gab immer eine Option, dass du quasi in diesem Vorverkauf dir deinen Dauerkartenplatz auch im Pokal schon mal sichern kannst, bevor ihn dir irgendwer wegschnappen kann, mal gucken, wie es da aussehen wird, ein letztes Ding, was auch sehr negativ beäugt wurde, gerade wieder von der VfB-Twitter-Bubble vor allem, VfB Stuttgart wird Partner von The Football Company, ich bin euch ganz ehrlich, ich habe es mir nicht ganz genau durchgelesen, dass es wieder, dass es irgend so ein NFC-Zeug und hier offizielle digitale Trikots des VfB, die Fans aus aller Welt erwerben können, ja, ich lese Stichwörter wie Blockchain und sowas, dann bin ich halt ehrlicherweise erstmal inhaltlich raus und auch von dem, dass es mich juckt, bin ich raus, also ich bin da gar nicht drin, ich jucke dieser ganze Scheiß 0,0, viele regen sich auf, weil NFTs natürlich auch nicht so den geilsten, oder alles in diese Richtung von NFT und sowas, nicht so den geilsten Ruf haben, viel mit Scam und so Geschichten, also ist eine Sache, die es jetzt nicht braucht beim VfB, ist auch ein bisschen peinlich, dass man hier in diesem Hologramm oder dieser Grafik, siehst du schon, dass die einfach das VfB-Logo verkackt haben, da ist dieses B einfach eingefärbt, also der Schriftzug VfB, da ist das B einfach oben eingefärbt, statt halt oben, normalerweise noch eine Lücke ist in dem B, also ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich wirkt schon so ein bisschen zwanghaft irgendwie mit der Zeit gehen, muss nicht sein, bei NFT reagieren, oder bei so Geschichten, bei so neueren Geschichten, mit diesen virtuellen Geschichten, und dick Geld ausgeben wird so Zeug, reagieren viele allergisch direkt auf Twitter, kann ich irgendwie verstehen, andererseits muss ich auch, vielleicht naiv, aber muss ich auch sagen, es wird ja keiner zu gezwungen, einen Scheiß zu kaufen, so sollen sie es halt anbieten, wenn sie am Ende merken, wir haben hier vier Wochen durch, und drei Leute haben es gekauft, werden sich auch denken, gut, braucht kein Mensch, wobei sie schreiben, der erste Launch lief bereits erfolgreich, mir ist das Thema wirklich völlig Wumpe, deswegen, also ich bin ja nicht so negativ gestellt, wie manche, die natürlich auch thematisch tiefer drin sind, als ich, ja, braucht ja kein Mensch kaufen, kein Fan muss das kaufen, um Fan zu sein, deswegen ist das mir wirklich sowas von egal, hier in der vergangenen Woche, gab es den ersten sogenannten Drop, vom digitalen, wirklich so geschrieben, den sogenannten Drop, von digitalen VfB-Trikos in der Community, sie waren innerhalb von wegen Stunden ausverkauft, weitere Drops sollen folgen, und bei so Bezeichnungen bin ich halt auch schon raus, das Thema ist mir einfach wirklich vollkommen egal. Dann kommen wir zum Schluss zu was, ja, was glaube ich keinem VfB-Fan so ganz egal sein könnte, um hier den Übergang reinzubauen, nämlich zum Alleingang, ähm, habe natürlich dazu auch Videos gemacht, ne, das Video dazu, das auf der Mitgliedsversammlung veröffentlicht wurde, Ketira, Philipp Lahm, Kakao und Kentner, Kern zum VfB, zurück natürlich dann auch das Video, zur, äh, durchaus unangenehmen Pressekonferenz, Pressekonferenz, äh, vom letzten Montag, von vor einer Woche, äh, vor zu, ja, einer Woche und einem Tag, ähm, dazu kamen auch irgendwie die Berichte von der Bild raus, dass scheinbar sogar schon eine Rückholaktion von Ex-Vorschein Horst Held, äh, ein Thema gewesen sein soll in der Vereinsspitze, wo ich auch Gänsehaut bekomme bei sowas, also Finger weg bitte, also Werle muss hier nicht, nicht, äh, hier quasi Bring the Band back together machen, der hat ja damals auch Fee und Held nach Köln geholt, das muss nicht sein, nehmen wir Kakao nochmal mit rein, weil das dann, bis irgendwie quasi extra nochmal veröffentlicht wurde, dass er Markenbotschafter wird, für ihn eine sehr schöne Aktion, ähm, dann natürlich gab es den Austausch zwischen Werle und Missel, wo sie gerade dann, yo, äh, oder vor allem Werle hat gesagt, yo, wir gestehen den Fehler ein, und er hat auch gesagt, klar, hat uns nicht gefallen, äh, wir hätten es als deutlich zielführender empfunden, von Anfang an den Prozess zur Verpflichtung von Christian Gendt eingebunden worden zu sein, ähm, jetzt heißt es offiziell natürlich, Pressemitteilung dies, das, die Frage ist, wie ernst man das nehmen will, ich nehme es erstmal ernst, ähm, dass es sich, ähm, ja, ja, dass wir einfach miteinander besprochen haben, und dass es ausgeräumt ist, die, die Probleme da, hat auch Werle im Sport im Dritten nochmal gesagt, ähm, jetzt natürlich auch der neue Stand, äh, also erstmal der Stand natürlich, beziehungsweise, kein neuer Stand, aber war ja bisher immer der Stand, Missentat hat ja nichts dagegen, so, das, was er öffentlich äußert, er hat nichts dagegen, dass sie kommen, er findet das gut, nur eben die Reihenfolge, ne, hätte natürlich früher mit eingebunden, äh, sein wollen, gerade natürlich bei Gentner, der dann unter Missentat arbeiten wird, äh, aber grundsätzlich hat er natürlich, hat er da nichts dagegen, nach dem, was er halt so äußert, ähm, der VfB wird nach dem, oder Missentat und Werle vor allem, werden nach dem 15. Spieltag die Gespräche wieder aufnehmen, und bis zum Jahresende abschließen, heißt, sie nehmen sich die Zeit während der WM, wo sie eben auch im Grund, ähm, nicht wieder jede Woche von Sky oder so befragt werden, nach der Wasserstandsmeldung, sondern eben einfach in Ruhe ihre Gespräche führen, keinen Bundesliga-Alltag haben, während der WM das nebenher machen, oder, ja, nebenher machen quasi, und dann ihre Entscheidung treffen, wie gesagt, letztes Mal ein bisschen hat auch erst irgendwann am 17. oder sonst was, Dezember verlängert, wäre also auch kein unnormaler Zeitpunkt, wenn dann im Dezember dann die, die Entscheidung getroffen wird, ich bin weiterhin positiv, ähm, was das angeht, was noch kam, ist hier ein Text von, äh, Bertram Souk, ähm, einer aus dem Aufsichtsrat, oder gewählter stellvertretender Aufsichtsrat, Vorsitzender vom VfB, der wohl auch sehr fannah war, so ein bisschen Fanvertreter, war, wenn ich alles richtig mitbekommen habe, ähm, und da gab es tatsächlich, ja, eine wildere Nachricht von ihm, ähm, Hallo Fans, damit ihr es von mir direkt erfahrt, folgende Info, dass mir vom gesamten Aufsichtsrat als gewählter stellvertretender Aufsichtsrat, Vorsitzender der VfB Stuttgart 1893 AG entgegengebrachte Vertrauen ist mir seitens des Präsidenten des Vereins und Aufsichtsrat Vorsitzenden der AG, Klaus Vogt, in Gesprächen diese Woche und heute entzogen worden, ich trete daher ab sofort vom Amt seines Stellvertreters zurück, gleichzeitig betone ich, dass ich als Aufsichtsrat und Mitglied des Präsidialausschusses weiterhin meine ganze Energie und Expertise für den VfB einbringe, wenn es die nächste Hauptversammlung wünscht und beschließt, auch für eine weitere Amtszeit. Das kam nach dem Frankfurt-Spiel raus, glaube ich, ähm, dieses Statement, ähm, ziemlich wilde Nummer, wie gesagt, ist auch ein Fanvertreter, also das klingt schon mal nicht schön, dass der ja den Rückzieher macht und natürlich auch da wäre vielleicht mal irgendwie eine Form von Kommunikation dazu oder so oder wie, vielleicht bereiten sie da auch mal ein Statement vor, keine Ahnung, wie jetzt beim Austausch zwischen Misselt hat und Werle, ähm, wenn er hier schreibt von Klaus Vogt entzogen worden, ähm, hier die, das, das Vertrauen und so, wäre schon irgendwie mal nötig, sich dazu zu äußern, glaube ich, bisher ist da nicht groß was geschehen, ähm, ein bisschen hat sich geäußert in einem Interview mit dem SBR Sport, auch da hieß es, jo, ich hab Bock zu verlängern, ähm, war natürlich nicht einverstanden mit der Reihenfolge von Gentner und so weiter, bin einverstanden mit der Reihenfolge von den Gesprächen jetzt, ähm, äh, das quasi nach dem Fußball zu machen, hab auch gesagt, im VfB Täter ist nach den letzten dreieinhalb Jahren wirklich gut, wenn wir uns mal nur auf Fußball und Ergebnisse konzentrieren könnten, ist ja auch absolut richtig so, ähm, dann kam es auch vom, äh, Kicker gestern noch was dazu, nämlich Misselt will verlängern, schon mal positiv, das schreiben ja andere Zeitungen anderes, das ist brodelt und bla bla bla, ähm, neuer Titel als Lösung, ähm, nämlich hier das Thema Sportvorstand, äh, wo ich sage, ja, Übersetzung quasi könnte eine Lösung sein, ähm, und eben ist halt weiter in die Egal, ob jetzt Sportdirektor oder Sportvorstand, ist es egal, wie es, wie, wie es heißt, es muss halt passen, was er macht und was er machen darf und so weiter, ähm, seine Freiheiten, dies und das, ähm, aber klingt schon mal positiver, wenn der Kicker berichtet, ähm, ein bisschen hat, will verlängern, das ist ja auch der Stand, dass alle verlängern wollen, jetzt müssen wir nur halt gucken, dass es funktioniert, ich bin da weiter positiv, dass es funktionieren wird, ganz wild hier, um das abzuschließen, kam, was hier von transfermarkt.de, äh, oder von der WAZ vor allem war das hier, ähm, Gedankenspieler Mislintat beim Vf, VfL Wolfsburg, das war eigentlich ein Artikel rund um Kovac und so weiter, wo ich auch mal gespannt bin, ob der noch auf der Trainerbank talkt, äh, für unser, für unseren Abstiegskracher da nach der Länderspielpause, ähm, und dann quasi im letzten Absatz irgendwie kam die Idee, Sven Mislintat, ähm, zu holen, wo der Vertrag ja eben zum Jahresende ausläuft, ähm, ja, glaube ich einfach nicht dran, also, machen wir ganz kurz das Thema, oder mache ich ganz kurz das Thema, glaube ich nicht dran, also, ein bisschen hat das auch einer, der immer gesagt hat, ich kann mit sowas nicht anfangen, der braucht eine Emotionalität im Klub, der braucht Fans im Klub und so weiter, also, Fans im Sinne von nicht er selber, sondern natürlich, Fans in der Kurve und so weiter, würde mich wundern, wenn der ernsthaft zu sowas wie Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig geht, weil natürlich da auch das, ähm, ja, prominente Beispiel mit Eberl hat jetzt der, der auch einiges gegen Leipzig gesagt und jetzt doch bei RB Leipzig angefangen hat, aber das hier würde ich eher mal, ja, würde ich mir gar nicht irgendwie, will ich mir auch gar nicht groß vorstellen, dass da wirklich, äh, dass das, dass sowas wirklich Wirklichkeit werden könnte, ich mag in meinen Kopf, ich gerade nur reinbekommen, er verlängert und alles ist schön, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich, ist klar, wenn er es nicht tut, wenn die Gespräche noch ewig dauern und so weiter, werden andere, vielleicht auch größere Klubs oder was jetzt europäischer Wettbewerb und Kader und Geld ausgeben und Möglichkeiten angeht, ambitioniertere Klubs als der VfB, natürlich Schlange stehen wir ein bisschen, das ist ja auch eine ganz, ganz klare Geschichte, aber damit ist, glaube ich, das Thema hier erstmal abgeladen, mal gucken, was sich da so tut, die nächsten Wochen, fand aber jetzt auch eine gute Zeitung, um die VfB-News mal zu machen, klar, Nummer eins, äh, natürlich einander Spielpause, ganz klare Geschichte und natürlich auch, äh, das andere, dass jetzt eben, es heißt, dass er, dass die jetzt ihre Gespräche führen und, äh, ja, dann im Dezember quasi sagen, was Sache ist, ich glaube, so viel mehr wird da jetzt nicht groß passieren, auch wenn natürlich immer wieder mehr, immer mehr Artikel auch kommen, zum Thema, so und so sieht es intern aus beim VfB, die haben meistens dann halt doch, gerade von der Bild und so, nicht unbedingt viel Inhalt, deswegen fand ich es hier eigentlich ganz angebracht und natürlich auch einige News dabei, die natürlich schon einen Ticken, äh, länger, ähm, ja, her sind, die einfach mal abzuarbeiten waren jetzt, ähm, wie immer hier zum Outro, zum Schluss quasi, gerne Videos abchecken, wenn ihr es nicht getan habt, ähm, die hier quasi neben den VfB-News laufen, sind halt quasi die wichtigsten News, die aktuellsten News, die immer ihre Einzelvideos bekommen, ähm, und natürlich auch, wo ihr die News am schnellsten bekommt, ist die Instagram-Story, deswegen gerne bei mir auch auf Instagram folgen, haben ja auch mittlerweile die 1000 geknackt bei Instagram, vielen Dank dafür und natürlich auch bei den, bei YouTube die 5000, da sind jetzt erst vor kurzem zwei große Marken gefallen jeweils, vielen, vielen Dank dafür, danke auch hier wieder fürs Zuschauen, lasst gerne das kostenlose Abo da, wenn ihr es nicht getan habt und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.